Hallo und willkommen zum Market Roundup. Es ist wieder soweit, es ist wieder Dienstag, 8.8. KW 32, also wir sind schon ein gutes Stück ins Jahr gekommen und haben auch diese Woche wieder einiges an spannenden Themen. Ich bin wieder alleine, Christoph ist noch im Urlaub, deswegen haben wir quasi das alleinige Vergnügen mit mir. Trotzdem spannende Themen, wir haben letzte Woche einen kleinen Rums im Markt gehabt, kann man so sagen. Kreditwürdigkeit war das große Thema. Herabstufung der USA, das sehen wir uns gleich an, das hat natürlich die Märkte ein bisschen umgerissen und man konnte ziemlich deutlich sehen, wir haben das letzte Woche ja schon in den Werkstätten besprochen, wie es so eine Verschiebung des Risikosegments gab, einfach von einer etwas offensiveren, risikofreuderen Ausrichtung zu wieder einem Schwung in Richtung etwas sichere Investments. Die Anleihenrenditen sind wieder gestiegen und das hat natürlich auch wieder Einfluss auf die Aktienmärkte gehabt. Quartalszahlen, wir sind zu einem großen Teil durch, 84% des S&P 500 haben berichtet. Es ist noch eine spannende Woche jetzt vor uns, eine spannende Woche mit nochmal ein paar wichtigen Quartalszahlen, dann ebbt das Ganze aber so langsam, langsam aus. Ihr wisst es aber, es tropft noch die letzten Wochen immer weiter und wir gucken uns heute mal was an, was viele vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Boote und Yachten steht hier. Ihr kennt das ja, ich bin irgendwie ein kleiner Fan von diesen Luxusbranchen. Ich habe sie vielleicht nicht alle selber im Depot, aber man kann ja sagen, dass die irgendwie was Besonderes haben, weil sie doch immer wieder anders laufen als so die Themen, die uns Normalbürger beschäftigen und deswegen werfen wir da auch diese Woche einen Blick drauf. Wir starten wie immer mit einem Blick auf den DAX und wir haben in der letzten Woche noch ein Allzeithoch erreicht, kann man so sagen. Zum Start der Woche am Dienstag gab es noch dieses Allzeithoch. Danach ist man aber deutlich, deutlich abgerutscht und ich habe es gerade eben angesprochen. Auslöser war insbesondere das Credit Rating in den USA. Da sind wir herabgestuft worden in diesem Falle von Fitch von AAA auf AA+. Und das hat mal wieder so einen kurzen Aufreger gehabt quasi im Gesamtmarkt, kann man sagen, weil das doch relativ überraschend kam. Natürlich, die Erklärung war irgendwie passend und es gab ja schon mal so ein Momentum auch vor ein paar Jahren. Allerdings hat man vielleicht nicht damit gerechnet, dass es jetzt wieder so kommt. Und dann am Mittwoch kam noch so ein bisschen dazu, dass wir relativ schwache Quartalszahlen von vielen großen Technologieunternehmen hatten. PayPal hat geliefert. Gucken wir uns gleich noch mal in Ruhe an. Aber die haben dann noch mal zusätzlich den Markt nach unten gedrückt. Und auch am Freitag kamen wir da nicht mehr wieder so wirklich hoch. Wir hatten dann zwar einen ganz guten Jobreport auch in den USA. Allerdings haben wir den Schwung nicht so richtig wieder nach oben bekommen. Und das ist so ein bisschen eigentlich nur der Blick auf Deutschland, auf den DAX. Aber man sieht, wie der Markt dann doch geprägt wird von vielen, vielen Nachrichten rund um die USA. Zu Beginn der Woche gab es auch noch mal Nachrichten aus China, die jetzt nicht allzu berauschend waren, aber auch nichts Großes ausgelöst haben. Und erst mit dieser Nachricht von Fitch gab es dann wirklich dieses große Momentum nach unten. Die Bank of England hat noch mal Zinsen erhöht auf 5,25 Prozent. War auch noch mal so ein kleines Momentum. War aber wie erwartet und damit eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Und der Blick war wirklich ganz klar auf diesen Risikosegment in den USA. Und das haben wir da natürlich auch viel deutlicher noch mal gespürt. Vielleicht nicht in den Kursen, aber in der Aufregung. Ich habe es ja schon mal angesprochen, vor zwölf Jahren gab es mal so eine ähnliche Situation. Da gab es schon mal die erste Herabstufung von S&P in dem Falle. Das hatte auch so ein symbolisches Gewicht und das ist auch hier der Fall. Das heißt nämlich nicht, dass die USA jetzt kurz davor steht, dass man vielleicht im nächsten Schritt nicht mehr seine Kredite zurückzahlen kann. Aber es hat halt so ein Segment, weil es viele Einflüsse hat, darohin gehend, dass niedriges Rating bedeutet, man muss teure Anleihen ausgeben, die man teurer bezahlen muss. Und all das führt am Ende dazu, dass man natürlich sowieso schon Probleme mit der Staatsverschuldung hat, was potenziell sich dadurch nochmal weiter potenzieren kann. Und ja, dementsprechend auch so ein bisschen dieser Risikoumsprung. Wir hatten auch gute vorherige Wochen teilweise. Wir sehen es hier in den Kursen. Es gab also auch mal einige, die einfach gesagt haben, wir nehmen Teile der Gewinne wieder mit. Und ja, das haben wir auch, wie gesagt, in der Woche gesehen. Wir haben jetzt hier Montag, Dienstag in dem Falle noch sehr solide gehabt. Dann ging es deutlich bergab. Und am Freitag hatten wir eigentlich ganz positive Arbeitsmarktzahlen. Weiterhin robuste Arbeitsmarktzahlen. Wir hatten dann auch mal positive Daten, insbesondere von Amazon. Werfen wir auch gleich nochmal einen Blick drauf. Die haben es aber nicht geschafft, wirklich dieses Momentum zu drehen und den Markt wirklich umschwenken zu lassen. Etwas anders sieht es dementsprechend auch nicht in Hang Seng oder Nikkei aus. Auch da war das große Momentum am Ende Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten aus den USA. Und das sehen wir auch. Hier zum Ende der Woche gab es in den Wochen auch das gleiche Momentum. Also auch hier ging es Mittwoch, Donnerstag richtig bergab und kam auch nicht mehr wirklich wieder in Schwung. Wir hatten eigentlich zum Start der Woche auch hier wieder ein positives Momentum. Der Hang Seng war eigentlich wieder mal auf einem positiveren Trend, insbesondere aufgrund der Technologie und der Technologiewerte, die den Markt da nach oben gezogen haben. Im Nikkei war es ähnlich. Allerdings kam dann dieser Umschwung wirklich innerhalb, ich gucke hier gerade in Richtung Regie, hier hat sich irgendwie was verändert. Genau. Da gab es diesen Umschwung wirklich innerhalb des Segmentes. Und dann führte das am Ende auch wirklich dazu, dass wir diesen Schwung nicht zurückgefunden haben. Und zu Beginn der letzten Woche oder beziehungsweise zu Beginn dieser Woche haben wir dann auch gemerkt, dass nochmal einige etwas negativere Zahlen aus Asien kamen. Im Nikkei haben wir gesehen, dass die Exporte schwinden. Auch im Hang Seng wartet man oder beziehungsweise in Großchina generell wartet man auf diese Impulse des Staates. Vielleicht auch in Deutschland, im DAX, da hat man eigentlich immer sehr davon profitiert, wenn es diesen Stimulus gab in Richtung Asien. Und ja, da liegt gerade so ein bisschen der Fokus drauf. Das war es zu den Märkten generell. Ich gucke mal gerade, was hier noch passiert ist. Genau. Wir gucken uns noch die News der Woche an. Denn ich habe ja schon berichtet, wir hatten eine sehr, sehr, sehr spannende Newswoche. Extrem viele Zahlen, die berichtet wurden. Wir starten mit Fortinet, die waren die letzten in der letzten Woche, aber die signifikantesten und haben wieder mal so einen negativen Impuls ausgelöst. Wir hatten das Gleiche ja, und das haben wir auch letzte Woche schon mal besprochen, auch in der Solarbranche, die dann nochmal so einen zusätzlichen negativen Impuls in die Branche gesetzt haben. In dem Falle war es auch so ein bisschen die Cybersecurity-Branche. Fortinet in dem Falle ein eigentlich ziemlich großes Unternehmen. Jetzt kein kleiner Stock mehr. Ja, hatte vorher um die 50, 60 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, ist dann 25 Prozent abgekracht, weil man halt deutliche Rückgänge im Umsatz- und Gewinnwachstum gesehen hat. Und ja, das einfach dem nicht gerecht wurde, jetzt in den Quartalszahlen. Besser lief es da bei unserem deutschen Technologieunternehmen, das wir auch hier schon besprochen haben, TeamViewer. Fernwartungsspezialist, sagt man so gerne. Ja, ihr als Clubmitglieder kennt es natürlich. Wir benutzen es auch viel hier im Club, weil es einfach ein innovatives Tool ist, um ja wirklich nah miteinander zusammenarbeiten zu können. Ja, und da waren die Quartalszahlen eher positiv. Wir hatten einen Umsatzplus, ein deutliches auf 154 Millionen Euro. Wir hatten insbesondere die Erholung in diesem Großkundengeschäft, was ja zuletzt sehr gelitten hat. Und da möchte man ja auch wirklich anknüpfen. Und ja, grundsätzlich solide Zahlen. Auch solide Zahlen gab es bei Caterpillar. Kennt jeder von Baggern und von allem Möglichen, was an jeder Baustelle eigentlich rumsteht. Baumaschinenhersteller hat auch wieder besser als erwartete Quartalszahlen geliefert. Da haben wir ja auch vor einiger Zeit mal wirklich diesen großen Stimulus in Richtung Infrastruktur in den USA gehabt. Und das sieht man halt auch in genau diesem Segment, dass auch die Nachfrage nach diesen Baumaschinen wirklich gut bleibt, positiv bleibt und dementsprechend auch die Quartalszahlen hier besser als die Erwartungen der Analysten waren. Und dementsprechend ging es hier acht Prozent nach oben. Und wir hatten auch noch AMD. Ja, die hatten so ein bisschen ein Wechselspiel, kann man sagen. Es ging erst ein ganzes Stück bergauf, dann ein ganzes Stück bergab und dann am Ende hat man sich so ein bisschen in der Mitte eingependelt. Deswegen stehen hier auch so diese plus drei Prozent. In der Spitze waren es mal plus sieben. In der Spitze nach unten waren es mal minus acht. Und grundsätzlich ist das ganze Segment auch wirklich so gemixt gewesen. Wir sehen auch hier wirklich schwächelnde Nachfragen, schwächelnde Umsatzrückgänge. Es ging deutlich zurück in vielen Segmenten. Auch die Server-Segmente gingen zurück, wo eigentlich ja viele erwartet haben, dass man durch diese höheren Chip-Nachfragen, leistungsstarkeren Chips vielleicht eigentlich mal die Kurve bekommt und da auch wirklich mit zum Beispiel Nvidia im Wettbewerb stehen kann. Und ja, das war eigentlich nicht der Fall. Da hat man eher schwächelnde Zahlen gesehen. Wir haben es ja auch ähnlich in anderen Chip-Branchen gesehen. Was allerdings ein bisschen positiv war, war dieser Investitionsfokus in Richtung KI. Da war viel künstliche Intelligenz, Fantasie mit dabei. Das wurde dann wieder positiv aufgenommen. Es ist also ein bisschen schwankend, je nachdem, welche Perspektive man hier wirklich verfolgt. Wir hatten aber noch mehr, deswegen gibt es heute auch noch eine zweite Seite. Amazon, ich habe es angesprochen, war deutlich über den Markterwartungen. Die Cloud-Sparte war besser. Der Gesamtumsatz ist besser gestiegen. Der operative Gewinn ist wieder deutlich, deutlich zurückgekommen. Und ja, man sieht es, wenn so ein Schwergewicht plus 9% nach den Quartalszahlen zulegt, hat das doch einen sehr, sehr positiven Effekt auch auf den gesamten Markt. Problematisch war nur, dass Apple den wieder ein bisschen zunichte gemacht hat mit einem noch größeren Börsengewicht. Hier waren die Quartalszahlen eigentlich auch besser. Allerdings ging der Umsatz leicht zurück in verschiedenen Segmenten. Wir hatten Geschäfte, die teilweise geschwächelt haben. Und der Ausblick war eigentlich so ein bisschen das Problem, dass man nicht so richtig weiß, wo geht die Reise hin. Es gab jetzt im Nachhinein auch mal wieder Nachrichten, dass man noch verstärkt nach Indien wechselt, dass man da wieder Fabriken aufbaut, dass man wirklich in vielen dieser Segmenten einfach aktiver unterwegs ist. Und am Ende hat es aber nicht gereicht. Die Aktie ist zwischendurch mal um rund 5% runter, dann wieder ein bisschen zurückgekommen. Aber ja, grundsätzlich ist man von Apple wahrscheinlich einfach Besseres erwartet oder gewöhnt. PayPal, ja, das habe ich schon angesprochen. Da war es mal wieder so, dass man unter den Erwartungen lag. Zwar hat man sich eigentlich ganz positiv entwickelt. Das große Problem ist hier wirklich das Margenproblem. PayPal hat ja insbesondere auch in der letzten Zeit Dienste rausgebracht, die nicht mehr unter diesem klassischen PayPal-Logo agieren, sondern eigentlich so ein bisschen White-Label, also verdeckt, dass man nicht die eigene Marke nach vorne stellt, aber den Zahlungsdienst trotzdem abwickelt. Und diese Segmente wachsen sehr, sehr stark in der letzten Zeit, werfen jedoch weniger Marge ab. Und das ist halt so ein Zwiespalt, den man da hat, dass man einfach mit den Margen zu kämpfen hat. Das hat den Aktionären nicht gefallen. Die Aktie ist hier deutlich zurückgekommen bei einem wirklich großen Unternehmen. Wer es mitbekommen hat, aber Anfang der Woche, ich glaube gestern wurde dann der PayPal-Coin, also als Krypto-Coin gelauncht, als eigene Währung, was natürlich schon eine Bedeutung hat von so einem großen Unternehmen und hat so ein bisschen der Gewinde am Ende der Verluste wieder wettgemacht. Das letzte Unternehmen, was wir uns angucken, ist dann der deutsche Pendant zu all den Chip-Nachrichten, die es in den letzten Wochen gab, Infineon. 14% nach unten, hat den DAX auch ganz schön nach unten gezogen, kann man so sagen. Enttäuschender Geschäftsausblick war da insbesondere das Problem. Auch die Autobranche, die da besonders kriselt, aber besonders wichtig auch für Infineon ist. Und ja, da ist man einfach dem nicht gerecht geworden, was man vorher prognostiziert hat oder auch weiter prognostiziert mit dieser Befürchtung der Verlangsamung des Automotivgeschäftes und die Aktie ist daher deutlich, deutlich zurückgekommen. Werfen wir noch einen Blick auf unser Mitgliederdepot, also das Depot, was ihr mit Titeln wählt, was die wir hier vorstellen. Und ja, da hat sich auch einiges getan, insbesondere auch noch mal gestern hat sich einiges getan. Wir haben ja letzte Woche Visa mit hinzugenommen, die wir uns angeguckt haben. Gucken wir uns übrigens am Donnerstag noch mal viel intensiver an, wirklich in der Tiefe. Stellen Sie auch noch mal einen Vergleich zu anderen Unternehmen, wie zum Beispiel mit Paypal und werden da auch unsere Schlüsse ziehen. Wir haben, wie gesagt, Baidu ja eingekauft, davor die Woche. Und ja, einige der anderen Unternehmen sind eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Was wir aber hier auch erkennen können und das gab es Anfang der Woche, ist, dass Biontech schon wieder mal nicht mit Quartalszahlen geglänzt hat. Da warten immer noch alle auf neue Errungenschaften, neue Forschungsergebnisse, neue Durchbrüche. Und solange wird die Aktie wahrscheinlich nicht von ihrem negativen Kurs hier wegkommen, ist dann noch mal 10% gefallen und ja, noch mal, ja, fast 50% jetzt hier seit unserem Einstieg im Minus. Der Rest sieht aber gut aus oder viele zumindest dieser Titel sehen zu unserem Einstiegskurs immer noch ganz gut aus. Wir sind jetzt in Summe ungefähr 7,5% im Plus. Ich merke immer wieder, hier sind keine Dividenden mitgezahlt. Das können wir bei Investor hier leider nicht abbilden. Vielleicht ziehen wir da in Zukunft mal oben auf unsere eigenen Flächen und können das Ganze dann auch wirklich wie gewohnt darstellen. Wir haben aber noch ein bisschen Geld zu investieren in unserem Depot hier. Vielleicht kommt ja heute was dazu, denn ich habe es ja angekündigt, wir haben heute was relativ Spezielles, etwas, was viele von euch vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm haben oder kennen. Wir haben ja immer wieder mal exotischere Investments hier. Heute auch kleinere Aktien, kann man von vornherein schon sagen, also keine großen Börsenschwergewichte, aber vom Namen her bekannte Schwergewichte. Und ja, wir schauen heute zuerst auf die Ferretti Group. Viele werden vielleicht den Namen irgendwie mal kennen oder gehört haben. Die sind eigentlich so der Luxusjachtenhersteller in Europa, in Deutschland. Und ja, die bildet zusammen mit der Ferretti Group, also die SPA und die Ferretti Group sind zusammen das Unternehmen Ferretti, kann man so sagen. Schon ziemlich alt, 1970 ungefähr, 1968, um genau zu sein, gegründet. In Italien, so wie man sich das vorstellt, aus bekannte Jachten hergestellt, aus allen möglichen Filmen rund um James Bond oder anderen Hollywoodstreifen. Und das, was sie wirklich machen, ist, Luxusjachten herzustellen. Nach Maß oder halt auch so ein bisschen aus, ich würde jetzt nicht sagen Fabrikprozessen, aber ein bisschen aus vorgefertigteren Prozessen. Und da sind sie ziemlich groß geworden, kann man so sagen. 2000 Mitarbeiter, an der Börse gerade so eine Milliarde Euro wert, waren zuerst gelistet ausschließlich in Hongkong. Da ist man 2021 an die Börse gegangen, dann jetzt in Italien, in Mailand nochmal an die Börse gegangen. Also da ist wirklich an zwei Börsen auch gelistet. Ist relativ beeindruckend eigentlich für so ein relativ kleines Unternehmen. Hat wahrscheinlich aber eher der Marke und dem Prestige geschuldet, ein Dual Listing auch noch in Europa haben sich angetan. Bevor wir ein bisschen reinblicken, wollen wir uns nochmal angucken, warum es ist eigentlich überhaupt spannend, sich mit dem Thema Luxusjachten vielleicht zu beschäftigen. Ich habe mal so ein, zwei Statistiken mitgebracht. Und zwar sieht man hier die Entwicklung oder Prognostation des gesamten Yachtmarktes. Und das hier sind die durchschnittlichen Wachstumsraten von 2021 bis 2028. Und mit 5,1 ist das hier eigentlich eine ziemlich niedrige Schätzung. Ferretti selbst spricht eher von so 7, 8 Prozent, die der Markt wächst. Man selber will sogar nochmal eine ganze Ecke mehr wachsen mit knapp 10 Prozent. Was man aber auch sieht, dass der Markt halt enorm gewachsen ist. Hier schon von 8 Milliarden Dollar 2020 bis zu den prognostizierten 11 Milliarden Dollar. Und woran man wirklich wächst, wir Hamburger kennen das hier, fährt ab und zu mal die eine oder andere Luxusjacht durch. Aber was halt wirklich signifikant ist, sind diese wirklich großen Schiffe, die sehr viel Geld kosten und halt von sehr, sehr wenig Herstellern wirklich angeboten werden. Also man kann nicht zu einer beliebigen Reederei gehen oder beziehungsweise einer beliebigen Bootsbauer und sie sagen, hey, bau mir mal die Luxusnacht. Nein, da muss man halt wirklich zu speziellen Firmen gehen. Davon gibt es nicht so viele. Und die, die es halt schon so lange gibt, profitieren gerade von diesem Trend hin zu Luxusjachten, aber auch von dem Trend hin zu mehr Milliardären, kann man so sagen. Ich habe mal hier eine Statistik der Forbes mitgebracht. Und die zeigt ganz klar, dass die Milliardärsanzahl deutlich zugenommen hat und auch das Volumen der Milliardäre wirklich deutlich zugenommen hat. Während es hier in den 90ern noch ungefähr 140 Milliardäre weltweit gab, die 295 Milliarden besessen haben, ist diese Grenze deutlich nach oben gestiegen. Insbesondere auch in den letzten Jahren. Also die Pandemie war eigentlich so ein Katalysator nochmal für diese Milliardärsgeschichten. Und ja, wir sehen hier, dass man jetzt mittlerweile bei 2755 Milliardären weltweit ist, 13,1 Trillionen Dollar an Assets, also Billionen Dollar in unserem Sprachgebrauch. Und man sieht, dieser Trend ist weiter wachsend. Und irgendwo müssen die guten Damen und Herren ja mit ihrem Kapital hin. Und ja, Yachten sind da nun mal ein gutes Vehikel, um viel Geld unterzubringen, weil die sind teilweise richtig, richtig teuer. Man spricht hier von diesen ultra high net worth individuals, die ja nicht unbedingt nur Milliardäre sind, sondern vielleicht auch Kunden, die so 30 Millionen Dollar nur besitzen. Allerdings kommt man mit 30 Millionen Dollar bei diesen Luxus-Yachten halt teilweise wirklich nicht weit. Die kosten gerne mal schnell hunderte Millionen. Und insbesondere bei Ferretti halt so viel, weil die auch sehr darauf spezialisiert sind, sehr individuelle Yachten zu bauen, sehr gut abgestimmte, moderne, technologisch neue Yachten zu bauen, die dem Kunden halt wirklich in allen Wünschen gerecht werden. Und wie man sich das gut vorstellen kann, ist es natürlich teuer, diese Yachten zu produzieren. Allerdings hat man auch eine sehr zahlungskräftige Klientel. Und dadurch hat man schöne Margen, die man bei Ferretti einbuchen kann. Und wir sehen das gleich in unserem Snapshot, dass man darüber natürlich auch schöne Börsenbewertungen für sich generieren kann. Neben dieser Zahl nämlich an Milliardären sieht man hier auch wirklich nochmal, wie viele neue Milliardäre es in den letzten Jahren jeweils gab. Und dass auch das ein zunehmender Trend ist. Und insbesondere diese Individuen sind halt die, die ihren Erfolg, ihren Luxus gerne zur Schau stellen. Wer neu an Geld und Kapital gekommen ist, zeigt sich gerne. Und auch da ist eine Yacht natürlich ein tolles Vehikel, um das nach außen zu stellen. Wir gucken mal kurz in den Snapshot von Ferretti rein. Ich habe es angesprochen, 1968 gegründet, 2500, 2000 Mitarbeiter, je nachdem, was man genau mit dazu zählt. Zahlt sogar eine Dividende von 1,8 Prozent, 1,05 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Bei auch einem Umsatz von ungefähr einer Milliarde im letzten Jahr, kann man sagen. Dazwischen ist nochmal so ein bisschen was passiert. Wir werfen gleich mal einen Blick auf den Halbjahresbericht. Man investiert natürlich viel Kapital, weil man neben diesem ganzen klassischen Yachtbaugeschäft auch immer mehr ins Chartergeschäft gehen möchte, immer mehr ins Freizeittourismusgeschäft. Wir kennen das, dass gerne viele Menschen sich auch so darstellen, als würden sie sich so eine Yacht leisten können. Also auch in dieser Richtung, ja einmal auf einer Yacht, ein paar Tage auf einer Yacht. Und das wird gerne gemacht in Richtung, ja, Außenprestige kann man so sagen. Und auch da ist Ferretti immer mehr und mehr aktiv. Und ja, man sieht es insbesondere in den Bewertungen. Wir haben jetzt hier ein KGV von 16, ein Kursumsatzverhältnis von 1. Und da wird der eine oder andere sagen, ja, bei so einem Wachstum ist das ja eigentlich relativ wenig. Also wir haben jetzt hier 15 Prozent im letzten Jahr. Wir haben eine 80-prozentige Grossmarge, 6 Prozent Profitmarge trotzdem nur, weil dann doch relativ viel drumherum im Sales, in Provisionen und allem abfließt. Allerdings ist auch der Gewinn deutlich gewachsen mit 71 Prozent im letzten Jahr. Was man aber halt auch sieht, und das muss man dazu sagen, ist, dass das Unternehmen halt sehr jung ist, zumindest sehr jung an der Börse. Also wir sehen das in den Graphen, die wir hier oben haben, sehr zackige Bewegungen, relativ wenig Liquidität hier am Markt und dementsprechend auch so ein bisschen Unsicherheit natürlich bei einer Bewertung von einer Milliarde Dollar, ja, oder Euro. Was passiert da in Zukunft? Und so passt das KGV dann doch irgendwie ganz gut in den Rahmen, ist aber natürlich im Vergleich zu vielleicht anderen Wachstumsunternehmen relativ günstig bewertet. Muss man natürlich immer in Relationen sehen. Aber irgendwie, ja, eine ganz spannende Geschichte, die man vielleicht mal mitverfolgen sollte oder wir vielleicht mitverfolgen sollten. Ja, man braucht ja immer wieder mal neue, muss seinen Investmenthorizont ja immer mal wieder zumindest erweitern in dem, was es draußen zumindest gibt. Eine Sache will ich euch aber nicht vorenthalten. Und zwar sieht man hier nochmal in den Sechs-Monats-Bericht. Und wer sich fragt, ja, was gibt es denn eigentlich für Yacht und Yachttypen? Man kann das schön in diesem Jahresbericht nachlesen. Es gibt hier Composite-Yachts. Das sind eigentlich diese Art Fabrik-Yachten aus verbundenem Material. Also die, die man so aus ganz speziellen Materialien mehr oder weniger zusammensetzt. Die machen den Großteil des Umsatzes aus. 45 Prozent ungefähr. Dann gibt es die Made-to-Measure-Yachts. Also die wirklich perfekt auf Kunden abgestimmten Yachten, die genau den Bedürfnissen entsprechen. Die machen den zweitgrößten Anteil aus. Dann gibt es natürlich die Super-Yachten für die, die diesen ein bisschen größer haben möchten. Und es gibt noch das andere Geschäft, von dem ich gerade eben gesprochen habe, bei dem man so ein bisschen nachziehen möchte. Was man aber zusätzlich sieht, ist, dass man in allen Bereichen halt wirklich gewachsen ist. Absatz von diesem Other-Businesses-Bereich. Also überall ist die Nachfrage nach weiteren Yachten ungebrochen. Scheinbar trotz vieler Krisen und trotz vieler anderen Trends, die wir so sehen, scheint man immer noch eine große Nachfrage nach Yachten zu haben. Ich möchte euch noch eine kurze kleine Alternative vorstellen. Wer sagt, Herr Bote, sind irgendwie vielleicht ganz spannend. Damit möchte ich mich mal beschäftigen. Yachten vielleicht nicht. Es gibt noch ein, es gibt mehrere weitere Unternehmen, aber vielleicht ein weiteres spannendes Unternehmen ist Marine Max. Und da kann man sagen, es ist eigentlich so ein Einzelhandelsunternehmen für Freizeitboote. Also erstmal nicht wirklich in dem Yacht-Bereich nur exklusiv aktiv, sondern macht auch alles Mögliche von weiteren Booten. Also von Booten zum, für alles Mögliche an Freizeitaktivitäten angeln, durch bestimmte Moore vielleicht fahren und natürlich auch das Yacht-Segment gehört hier auch mit dazu. Aber ja, Marine Max ist deutlich eher im Sport-Mittelklasse-Boot-Bereich aktiv, kann man sagen. Hat da verschiedene bekannte Marken. Ich muss sagen, ich bin kein Bootexperte, aber die eine oder andere Marke hat mir trotzdem schon was gesagt. Und ja, da muss man sagen, dass dieser Großteil des Umsatzes halt wirklich aus dem Verkauf von Neuboten kommt, aber man in der Folge eigentlich immer mehr Umsatz auch durch den Service, durch Service-Dienstleistungen, Zusatz-Dienstleistungen erzielen möchte. Und auch dieses Charter-Geschäft bei Marine Max immer mehr Anklang finden sollte. Und werfen wir auch hier mal einen kurzen Blick auf den Snapshot. Etwas jünger, 1989 gegründet, 3.400 Mitarbeiter, keine Dividende in dem Falle, eine Marktkapitalisierung von ungefähr 814 Millionen Dollar. Muss man sagen, aktuell keine Dividende, denn das werden wir gleich sehen, dass es in der Vergangenheit doch mal schon Dividendenzahlungen gab, die auch den Kurs deutlich beeinflusst haben. Was wir aber auch sehen, ja, ein Geschäft natürlich mit nicht den Luxusjachten ist auch nicht so spannend von den Margen her zumindest, zumindest von den Großmargen. Die liegt hier deutlich drunter mit 35 Prozent. Die Profitmarge dafür ein bisschen höher, konnte auch zuletzt wieder gesteigert werden. Also auch hier scheinen viele der Trends an dem Segment vorbeizugehen. Die Bewertung auch hier ein bisschen höher, muss man sagen. Kursumsatzverhältnis von, Kursgewinnverhältnis von 24, Kursumsatzverhältnis von, ja, 3. Aber wir sehen, es gibt halt auch ein bisschen mehr Historie. Also wir sind hier 2013. In den letzten zehn Jahren sieht man hier oben den Graph, schon einiges an Historie abnehmen können. Auch im letzten Jahr hat man mehr Volumen, kann man sagen. Trotzdem ist die Marktkapitalisierung noch geringer, sogar 814 Millionen Dollar. Man ist aber halt in den USA aktiver und ihr kennt das, da ist das Aktienmarktsegment einfach ein anderes. Also hier einfach mal als kurze Alternative zu dem Yachtsegment vielleicht mal in Richtung, ja, von Freizeitbooten. Wir können uns beides gerne mal in anderen Formaten hier noch etwas genauer anschauen. Ich werde nochmal die Umfrage starten. Ihr kennt das ganze Prinzip. Ihr dürft gerne wählen wieder, was nehmen wir vielleicht dazu, was nehmen wir nicht dazu, was gucken wir uns nochmal genauer an. Ihr dürft gerne einfach abstimmen. Ihr seht, die Umfrage müsste wieder bei euch aufgeploppt sein. Ich lasse die gerne einfach mal laufen und, ja, gehe in der Zeit nochmal weiter bis zum Rest der Woche. Beziehungsweise bis zu dem, was in der nächsten Woche ansteht oder in dieser Woche. UPS, Ila Lilli, Bayer, Twilio, Hannover Rück. Also ihr seht, es sind keine kleinen Namen. Wir sind jetzt nicht da, dass es eine total ruhige Woche wird und wir fast keine Quartalszahlen mehr haben. Nein, wir haben noch große, wichtige Namen, die hier auch, ja, zu sehen sind mit Alibaba, Allianz, Novo, Nodersk. Also wirklich viele wichtige Unternehmen auch nochmal, die abliefern. Und es sind natürlich nicht alle. Wir haben immer wieder noch rechts und links andere Unternehmen, die Quartalszahlen liefern. Es ziehen jetzt auch noch viele kleinere Unternehmen nach in der nächsten Zeit. Also es wird spannend, auch noch in dieser Woche, auch wenn wir in Richtung Wirtschaftsdaten bringen, ist wieder eine Woche der Inflationsdaten. Deutschland, wir haben China, wir haben USA, also viel Aufruhr in dem Sinne, was da potenziell geschehen könnte. Insbesondere vielleicht in Verbindung mit der letzten Woche ist, glaube ich, ein sehr starker Blick auch auf die USA hier angebracht. Und ja, es bleibt weiter spannend, wie es in der Woche weitergeht. Bei uns geht es in der Folge weiter, dass wir am Donnerstag, wie gesagt, die Investmentwerkstatt haben, insbesondere zum, auf den Blick, Zahlungsdienstleister. Wir werden uns also auch mal sehr intensiv die Zahlungsdienstleister angucken. Wie haben die Zahlungsdienstleister sich entwickelt? Was könnte die Zukunft bringen? Wer könnte da die Nase vorne haben? Wir haben ja letzte Woche schon über Visa gesprochen. Da werden wir es nochmal intensivieren. Und ja, an der folgenden Woche haben wir dann wieder die kleinere Variante, die Aktienwerkstatt, wo wir uns dann die Bewertungsschemen live angucken. Das heißt, wenn ihr immer wieder spannende Titel habt, die wir uns dort auch gerne mal angucken könnten, sollen, dann schreibt euch die gerne auf. Wir sehen uns dann am nächsten Donnerstag und sprechen diese Titel auch gerne einfach gemeinsam live durch. Walter, du hast gerade eben wieder geschrieben, ja, wir sind bei einem Uranium, Traction Uranium in Kanada. Also eine potenzielle neue Mine, die da entdeckt werden könnte. Genau solche Unternehmen können wir uns in dem Sinne dort angucken. Schreibt die euch gerne auf, notiert sie gerne, schreibt sie bei uns gerne in den Chat rein. Wir werden einmal sammeln und das Ganze dann wirklich durchsprechen. Ich werfe mal einen Blick auf die Umfrage und wie die sich entwickelt hat. Ich glaube, wir haben eine Tendenz zu Ferretti. Ich lasse sie aber nochmal kurz auf. Ihr könnt nochmal so ein bisschen abstimmen. Das Rennen ist noch gerade mitten am Laufen, also stimmt gerne ab. Und ja, wenn ihr sonst keine Fragen mehr habt, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche, beziehungsweise am Donnerstag in der Investmentwerkstatt. Und ich wünsche euch noch einen erfolgreichsten Handelstag, eine erfolgreiche Handelswoche und bis bald. Ciao.